Er warnte uns vor etwas Gefährlichem. Etwas, das das Ende der Menschheit verheißen würde. Und wir wären außerwert, es ausfindig zu machen und zu vernichten. Ist dieses Etwas, von dem ihr gewarnt wurdet jemals, aufgetaucht? Oh, natürlich. Das bist du. Wir bekämpfen jede mögliche Bedrohung und dennoch nimmst du mich auf. Hallo, Sohn. Du hast mich zu einer scheiß Waffe gemacht. Ehrlich, nimm dich nicht so wichtig. Meine Damen und Herren, da draußen ist eine Hexe aus dem 5. Jahrhundert. Die will alles Leben auf der Welt ausrotten. Geil. Hausaufgaben. Warum kämpfst du für jene, die dich hassen und fürchten? Lass die Schwächlichen hinter dir. Aus ihrer Asche wird sich ein neues Eden erheben. Okay. Prophezeiung, wo es um fröhliche Dinge geht, finde ich geiler. Müssen wir nicht die Welt retten oder sowas? Ja, okay. Es geht los. Schlüpf in deinen Ketchup. Ja, komm, legen wir los. Wehrt mein König. Wir gehören zusammen, du und ich. Stimmt, aber das würde nicht funktionieren, denn... Denn ich bin Steinbock und du bist ne verkackte Irre!